Aufnahme läuft. Ja, Aufnahme läuft. Willkommen zurück, wieder werte Gäste und Freude. Ganz ehrlich, ich hab echt die Hosen voll gerade. Ich zitter, wie ich grad schon bin. Wenn wir jetzt diesen tollen Kartenbildschirm gleich schließen, steht das Alien direkt vor uns. Und wir müssen irgendwie geradeaus da durch, durch die Räume. Und, ja. Boah, ich will nicht mehr. Das Blöde ist halt, wenn wir jetzt wirklich sterben sollten, dann müssen wir diesen ganzen Quark nochmal machen. Wir werden sehen, ich probier's einfach, okay? Oh, mein Herz. Da ist er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Schnüffel ist auch schon wieder so eklig. Ja, geh da lang. Okay. Muss ich hier auch noch rein? Da liegt was? Nee, liegt gar nichts. Okay, ich geh da in den Raum rein. Oh Gott, ich hör'n. Wieso ist hier kein Speicherpunkt? Wieso ist hier kein Schrank? Da ist er. Erstmal rein. Erstmal horchen. Ich höre gar nichts. Ich höre auch nichts. Da unten ist was Grünes. Blink. Was auf jeden Fall ist, man soll wirklich nicht rennen. Jetzt höre ich. Oh ja, jetzt kommt er. Dieses Mistvieh, ey. Warte mal, haben wir eigentlich? Oh Gott. Ich wollt' Nein, 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 nein. Kurz, mein Inventar aufmachen. Der ist der gleiche Knopf wie rausgehen. Okay, muss ich ja merken. Der ist hier aber nicht. Du hast den Ruch gehört, oder? Gerade eben, ja, aber jetzt ist wieder still. Ich warte noch einmal ab. Da. Dann wieder raus aus dem Raum und dann links weiter lang. Den Gang. Warte mal. Jetzt kurz nochmal gucken. Okay, da ist noch ein Raum. Vorne ist er doch aber auch in den Raum hier reingelatscht, ne? Jetzt latscht er nur noch im Gang rum. Was soll ich machen? Da drunter bleiben. Für immer. Wieso sagt denn unser komischer Typ da eigentlich nischt mehr jetzt? Der könnte den auch bestimmt irgendwie ablenken von seinem Steuerpult aus. Ja, ich geh jetzt raus. Kommt ja alles nischt. Guck mal, da kannst du ja auch dran verstecken, oder? Ist das wieder so ein bisschen? Ne. Leuchtfackel. Dann wohl. Da ist der andere Raum. Oh Gott, die sind auf dem Kisten. Oh Gott. Da ist ein Schrank. Da oben steht das. Da oben steht das schwarze da. Als wenn da gerade irgendwas... Aber ich kann mich auch getäuscht haben. Wo jetzt? Der ist aber wieder irgendwo oben in einem Schacht drin. Jetzt. Klingt halt so. Bitte bleib noch da drinnen. Jetzt läuft er wieder. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt hier wieder rausgehen und dann da oben links zum Speicherpunkt. Dann haben wir aber die Mission noch nicht erledigt, oder? Das ist aber erst mal Rille. Hauptsache mal wieder abspeichern. Ja, Hauptsache erstmal speichern. Da hast du recht. Ja. Hoffentlich kommen wir da auch raus. Nicht, dass dann irgendwie die Tür versperrt ist. Aber ich weiß, was du mähnst. Da war es gerade ein bisschen heller da oben. Ja, irgendwas ist da ab und zu mal. Oh, jetzt wird's. So wie rechts von uns? Hm. Dass der hier nicht mehr lang geht. Ah, okay, ich hab bloß gesagt. Oh, jetzt kommt er auch noch hierher. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, jetzt sag hier eine Tasse. Jetzt geht's ja genau da lang, wo wir lang wollen. Ganz großes Kino. Ach, warte mal. Ich hab doch dieses Ding. Das konnte ich ja drinnen benutzen, ne? Ja. Okay. Das hört gar nicht an. Doch, da. Hört er dieses Geräusch? Das weiß ich nicht. Also die Androiden haben es nicht gehört. Oh Gott, mach das Ding aus. Jetzt ist er da oben. Ich probier's jetzt, ja. Ich warte noch kurz. Ich bin so ein Schisser. Oh, halt die Fresse, ey. So, wir müssen dann nach rechts. Äh, nach links. Da ist ein Schrank. Oh Gott, oh Gott. Und diese gräutige Musik noch dazu. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Nein, nein, kann ich was machen? Nee, kann ich nicht. Fuck. Wie hat der uns das da drüben gesehen? Achso, sie schneller entdecken als Menschen oder Androiden. Yay. Scheiße. Boah, fuck it, ey. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der Zeit, die Frage auf Taktion. So weit weg von Grundmuster Erde, von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Affektergeister anzuwandern. Tragische Fälle, aber Molek hat so viel Zeit für Sie verschwenden. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Ausnahmepause einfach nur und gehen wieder zu der Stelle hin und dann schalten wir wieder ein. Weil ansonsten ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig zum Zugucken. Äh, ja. Bis gleich. Willkommen zurück zu Alien Isolation und, ähm, ja, wir sind ja gerade gestorben. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg eigentlich wieder zurück, äh, an den Ort, wo wir gestorben sind. Und haben jetzt aber einen anderen Gang entdeckt und zum Glück einen neuen Speicherpunkt. Und jetzt haben wir, ähm, schnell wieder die Aufnahme gestartet und sind jetzt an einem Ort, wo wir nicht wissen, wo wir sind. Und, ja, wir schauen mal. Ja, hier haben wir noch Kater. Ich höre, ich höre das Vieh aber auch nicht mehr jetzt. Ach du Scheiße, was denn das? Oha. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir mal einen Rundgang, wa? Was heißt, ich höre das Vieh? Ab und zu höre ich mal was, aber. Oh. Oh, was war denn das? Lebt der noch? Oder war das nur die Tür? Ich habe jetzt aber auch gedacht, dass da jemand noch Luft geholt hat. Hä? Was ist denn das? Ach so, das sind so eine Tänze da. Ich lasse mal offen. Was soll ich den Ausblick genießen hier? Kann man doch was sehen da unten? Da liegt einer. Ich glaube, wir bekommen wieder Besuch. Schlüsselkarte. Yay. Cool. Kehren Sie zu Dr. Coolman zurück. Alles klar. Ähm. Oh Gott. Guck mal, ich glaube, wir können jetzt da oben lang und dann links. Weißt du? Also nicht den gleichen Weg zurück. Probier uns einfach mal. Gehst du bitte in den Schrank? Ich habe wieder Angst, dass es viel da reinkommt und ich wieder mit dem Dings nicht klarkomme. Mit dem Atmen besser. Hinter uns war es gerade. Kurz auf hier leuchtet. Das ist eigentlich direkt vor uns jetzt. Da hoch müssen wir und dann da oben raus. Da lang, denke ich mal. Weißt du? Also dann entweder hier, weiß ich nicht, ob wir hier lang können. Oder halt dann da raus und dann direkt. Wo kommt man denn überhaupt da rein zu dem? Ach Gott, warte mal hier. Wenn wir da raus, denn da oben ist ein Speicherpunkt. Und dann eigentlich da, aber da ist... Ja, ach der... Ne. Hä? Wo sind alle durchgegangen? Ach Gott. Ist ja voll der Umweg, oder? Yeah, warte mal. Wenn wir da oben raus gehen, dann... Da gibt es gar keinen Weg zu dem. Das ist genau die andere Seite. Die müssen von hier unten kommen. Von hier. Da, da hoch. Und dann... Da. Oder? Scheiße. Ich gehe da einfach mal da oben lang. Irgendwie muss es ja... Vielleicht können wir durch den Schacht. Ist wieder weg, oder? Mhm. Denkt mich. Oh, oh. Es geht in die Räume rein. Wenn wer da hintenилась... Ich gehe, oder? Ich gehe da in die Räume ein. Ich gehe da. Ich gehe da. Und dann bin ich. Ich kann jetzt das Vieh nicht einfach in Ruhe lassen. Einfach so, einfach gehen. Ich glaube schon auch Familie. Okay, ich wette es. Ja. Das bringt ja nichts bei mir, sonst hier ewig. Guck mal, da ist ein Lüftungsschacht. Oh, da sind Karten. Das zu. Schlüsselkarte benutzen. Okay, ganz kurz Karten. Checken, okay. Da ist er dann entweder da oben rechts oder links. Was steht da zum primären Pflegebereich? Ich glaube, wir sind jetzt wieder am Anfang, wo wir... Ja, klar. Welcome, Maria. Und hier geht es nicht lang. Genau. Warte, hier. Da hoch müssen wir. Da ist dann der Typ eigentlich. Kannst du erstmal da abspeichern? Oh ja. Das ist eine sehr gute Idee. Hab ich es tatsächlich geschafft? Das wäre irgendwie gar nicht durch. Da ist er. Verdammt, Coolman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 17.02. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Ich muss hier auch wieder zurück, ne? Oh Gott. Da ist er. So. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Oh, Alter. Noch mehr Zeit lassen, weißt du? Der verarscht dich bestimmt. Alter, leck mich doch. Ach, du Scheiße. Oh. Oh. War der das? Bestimmt. Hat das mich ge... Oh. Habe ich meine neue Missionsanzeige? Nehmen Sie den Aufzug zur unteren Krankenstation. Da hinten ist das. Also gerade durch. Oh Gott. Da. Das war vorher zu. Ja. Was ist denn hier? Ach, das ist eine Karte. Ach, zu spät, ey. Verdammt. Na ja, wir haben ja gespeichert gerade eben. Ja. Jonathan. Und er ist eine Karte.